Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute wieder der geile Schwede. Na? I'm back, bitches. Oh yeah, he's back on it again. Leute, und es gibt ein geisteskrankes Update. Bevor ihr euch das Update anschaut, Leute, hab ich hier unten noch mal ganz kurz ein YouTube-Video verlinkt von Apostel. Schaut euch das mal bitte an. So was habt ihr noch nicht gesehen. So was, er hat es mir gerade gezeigt, er hat es mir gerade gezeigt und ich bin vom Glauben abgefallen, Leute. Diese Situation, dass man keine Kugeln hat, kennt man vielleicht. Aber was dann geschieht, schaut euch einfach an, der Link ist ganz oben in der Beschreibung, Leute. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Update. Und zwar gibt es eine neue Granate-Ingame. Diese Granate heißt Instaford, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, Instaford-Granate. Und diese Granate hat quasi folgende Fähigkeiten. Man kann mit dieser Granate instant ein komplettes Metall fort erbauen. Und ich weiß halt gar nicht, wie krank OP das ist. Apostel, was ist deine Meinung an das? Wir sehen. Ich denke, es ist immer wichtig, ob es instant ist oder nicht. Also ich hab's bis jetzt im Stream gesehen. Und im Stream war es sofort da. Also stand direkt da. Und das war schon krass. Ich denke, es könnte ein interessantes Item sein. Mhm, mhm. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall müssen wir es erst mal finden, meine Freunde. Wir müssen es erst mal finden. Das Ding ist lila. Das heißt, die Möglichkeit, es zu finden, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Es ist kein goldenes Item oder sowas. Kann in Kisten spawnen, kann aber rumliegen. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob und wie krass dieses Ding spielverändert ist. Weil, ganz ehrlich, ich meine, man kennt das vielleicht. Man wird beschossen und man weiß nicht, wohin damit. Und dann direkt einen riesigen Stahltrichter, der hier, ihr seht's hier gerade, so aussieht, zu bauen, ist schon nicht gerade wenig. Zwei Spieler, glaub ich. Oder einer, ne? Nein, nein. Fünf. Fünf? Was? Ja, fünf Gegner. Oh mein Gott, okay. I just got a scar. Should we push over to the next building? Ja, ja, sure he is. Is there some of them? Ja, ja, ja. Hangar, hangar. Very low health. Okay, I got him. Okay, let's go, let's go. Some of them is... One of them is near me. Bottom floor, shock back. Ah, da vorne, da vorne. Well, that was easy for you. Steps beneath me, ja? Nein, nein, above you. Ah, above you, yeah. Of course, there is no... I got him. Oh, perfect. Crazy Schwede, mal wieder am durchrasieren. Okay, Leute, neue Granate. Es geht mir jetzt nur um die neue Granate. Die größte Frage ist halt, brauche ich dafür, weiß ich nicht, 500-600 Metall, um das selber zu bauen? Oder kommt das Ding quasi schon mit in 500 Metall? Das habe ich jetzt selber noch nicht herausgefunden, das habe ich selber noch nicht gelesen. Das wollen wir selber herausfinden. Und dementsprechend schauen wir jetzt einfach mal, ob wir das hier irgendwo in der Nähe finden können. Ihr müsst auf jeden Fall jetzt schon mal die Augen offen halten. Ich glaube, die meisten Spieler werden jetzt dieses Ding ausprobieren wollen. Haha! What are you... Oh, Lama, Baby! Vielleicht ist es da drinnen. Das könnte sein. Es könnte in einem Lama drin sein. Lasst uns beten, dass diese neue Granate da drin ist. Und... Nein. Okay. Leider nicht hier drin gewesen. Dafür eine Menge, 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 Menge Materialien. You need materials? Äh, ja, 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 ja. Come on. Wir brauchen diese Granate, Leute. Wir brauchen sie verdammt nochmal. Okay, okay. Let's go, let's go, let's go. Oh, da ist er. Süd, äh, Süd-East. Oh mein Gott. Ich sehe ihn. Hinter dem Floss. Aha. There are enemies fucking everywhere. Well, let's get sandwiched. Hey boy! Sandwich! Where are the enemies at, huh? I'm just gonna build the base here. Oh, okay, sie werden gepusht, sie werden gepusht. Von rechts. Oh, okay, okay. Die werden gepusht. Come on, come on. Oh wait, they're getting pushed? Ja. Und da hinten noch einer, da hinten noch einer. Oh, sie haben, sie haben, sie haben den Sound geändert. Oh my God, I got, I just got hit from north. Why am I sucking so much boost, man? Wanna go? Yeah, I don't know. I don't feel right just sitting here. I'm just gonna super. Okay. I feel so naked just sitting here. Oh, you can't shoot it instantly. That's kind of weird. We're just gonna push from the right-hand side as well. Oh my God, he destroyed the stairs. You got him? Oh, I'm still here. He's right next above me. I'm fine here. I just stay here. Alles tut. There you go, boya. Oh yeah, I just, I just put up a campfire. No, no, f*** the campfire. Come here. But why? Drink, motherfucker, drink! Damn, boy! Drinken! Good! Yeah, beneath me, beneath me. There's a player. He's gonna break this thing. He can't fall down. He's super hurt. He's dead. Yeah, near me, under me. Can you break this staircase? I doubt him. Oh, boy! Let's go! Nice one. Oh yeah, golden rocket launcher. Oh! Es gibt noch ein weiteres Update. Man hat jetzt mehr Munition. Schau mal. Ja, ich hab jetzt 1,02 K Munition. Northeast on the mountain. Mhm. Northeast. I see him. Get spammed, bro! Where is he at? I downed one of them? Oh, well. You're way too fast, bruh! Last enemy south-east. Okay. Wo ist diese gottverdammte neue Granate? Phillip, wo ist sie? I don't know, man! I'm... I'm crying! I'm crying! Das ist nicht die neue Granate! I'm crying! I'm crying! Gottverdammt nochmal! Okay, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Zugriff! Zugriff! I don't know. Hässlich! Ich mach's kaputt! Das ist hässlich! 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 Hässlich is like ugly! Oh, what a bully! Dude! Oh, I just hit him! I just hit him so hard! I just jump in front of him and kill myself with it. Okay, wait a minute. Where is he? Where is he at? Like where? If you look down here... Okay, gut. Schönes Spiel. Hat Spaß gemacht. Aber wo ist die neue Granate? Wo ist sie? Wo ist die neue Granate? Wo bist du? Kleines Granatenbaby. Okay, noch ein Team bei uns. I'm gonna try and get one of them. Ah, die! Ich bin hinter dir. Alles gut. Unter mir, unter mir. That guy's hit so hard. He's in the... Yeah, yeah, yeah. With a Schroesflinte. And I don't have a weapon. He's creeping around somewhere. Oh, yeah. No, that's another guy, but... There's one guy next to me. Where are you at? One guy next to me. And one guy... Oh, wait, he's going into the building you started. I got him. And then there's one guy in the building. Into the truck. Oh, yeah. And one in the Lagerhalle. Okay, the guy that I shot at died. Mm-hmm. So take his weapon then. Oh, direct neben mir! Okay, I'm coming. He's dead. Okay, but... Andere Lagerhalle, andere Lagerhalle. Andere Lagerhalle, no? There are more enemies? Oh, yeah. He's coming up you around. Oh my god, my shotgun choke again. I hate it, dude. You have this? If you're trying to shoot? And it's not shooting? Yeah, yeah. I need some palettes. Then we can finally find some new grenades and use them. For our war. For our digital war. For our digital murder. For our digital murder. For our killing scenario. I have it! I have it! I have it! I have it! Oh my god, should I use it? No, not yet. Go, go ahead. Bro! I just got one of them. Should we wait for enemies? Probably. Okay, okay. Wir müssen wieder Deutsch reden. Ich glaube, meine Zuschauer sind sehr verwirrt. Die meisten meiner Zuschauer haben das Video wahrscheinlich schon ausgemacht, weil sie sich denken... Ehhh... Bruder... Ehhh... Ich verstehe nicht. Hallo? Ich bin Deutsch. Ich will Deutsch hören! Ehm... Moin, moin. Ich bin von Hamburg. Ehhh... Ich kann sprechen, dass deutsche Sprache über lecker schmecken. Gegner Norden. Sobald ich die Granate benutze, musst du bei mir sein. Wir werden zusammen benutzen. Wir werden zusammen das geilste Fort der ganzen, gottverdammten Welt bauen. Okay? He's still there? Treff, treff. Ah, lol. Auf die Distanz. Okay. Drei Treffer. So, he's nearly dead. Eighty half maximum. Ja, I see him, I see him, I see him, I see him. Drei Treffer. Again. They're running. Go on. Boom, baby! Lecker schmecker. Down you go, huh? Okay. Wir brauchen die Materialien von denen. Und dann können wir gleich, wenn es soweit ist, endlich unsere glorreiche Riesenfestung bauen. Ich war noch nie hier. Ich hab das hier noch nie gesehen. Diese, diese Schlucht hier. Wow. Oh, wait, wait. Stop, 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 stop. We can't go in there. It's private. We need to leave. Come on. Oh, my God. I'm gonna pull it tight. Dafür kommst du ins Gefängnis, mein Freund. Oh, Gegner. Gegner vor uns. One of them is down. Oh my God, I'm down as well. I'm down as well. Please. Okay, kill this guy. Kill him, kill him, kill him. Okay. Can you pick me up because I'm laying here and I hate it on the ground? Tut mir leid. Ich verfall manchmal in diese Rolle. Ich weiß auch nicht. Oh, I got him. Okay. Woo, Treffer. I don't get it. Why doesn't he die? I guess he didn't want you. Okay. Ich muss diesen Turm benutzen. Ich muss dieses Ding benutzen. Ich muss dieses Gottverdammte Turm-Ding benutzen. Ich muss. Ich muss. Ich kann nicht anders. We gotta run, you fool. Kommst raus. Ich komme, aber ich glaube, ich werde sterben, oder? Werde ich sterben? Philipp, sag es mir. Werde ich sterben? Oh, Gott. Es ist so verwirrend für mich. Ich wechsle von Englisch zu Deutsch zu Schwedisch zu Holländisch zu Klingonisch. Und die Hälfte dieser Sprachen spreche ich nicht mal. Wir schaffen das und ich will meinen Turm bauen, okay? Das ist alles, was zählt in dieser Runde. Ja, ja, ja. Ich möchte sehen, was diese Granate kann. Was kann sie und was kann sie nicht? Kann sie geil sein? Vielleicht. Kann sie richtig geil sein? Vielleicht nicht. Ich glaube es nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay, Philipp. Jetzt ist es Zeit, unsere Base zu machen. Okay? Was hast du? Da ist ein Jumppad. Da ist ein Jumppad. Okay. Geh den Jumppad. Komm. Oh, hast du gesehen? Ja, ja. Warte, warte, warte. Komm her. 3, 2, 1. Go. Oh, mein Gott. Holy. Das ist nicht instant. Du liebte mir. Es ist, es ist. Schau an mich. Nein, schau an das. Ich kann das in 2 Sekunden. Ja, aber bitte nicht. Okay? Das ist ziemlich cool. Das ist richtig geil. Ja, eigentlich ist es Müll. Oh, mein Gott. Okay. Okay, Philipp. Du machst das. Ich bin hinter dir. In meiner Burg. Ich fühle mich hier wohl. Zwei Gegner. Philipp, schaffst du es? Oder brauchst du Hilfe? Dude, ich bin gut. Aber ich bin ein Meter entfernt von dir. Also, gib mir einen Moment. Ich bin nur zuerst. Kein Problem. Woop. Okay. Die Gegner sind alle tot. Okay. Okay, Leute. Zugriff. Und danach. Gibt es eine wunderschöne Komposition. Eine wunderschöne Meinung. Meinerseits. Zu diesem Gottverdammten Tool. You killed both of them? Ja. Also. Meine Meinung zu dem Ganzen, Leute. Ist nett das Spielzeug. Aber mehr dann auch nicht. Oder, Philipp? Weil man kann es ja direkt kaputt machen. Also, so toll ist es nicht, ne? Gegner auf der große Weißpark. Rechte Seite auch. Ich nehme den Mann auf der righte und du kannst den Mann auf der leften. Oh, er steht auf dich. Watch out. Gut für ihn. Okay, der letzte Mann ist auf der Grund. Er ist ziemlich nahe zu dir, eigentlich. Wer ist hier? Ich glaube, er ist in der Haus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin nicht... Hitting ihm. Die. 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 Bis zum nächsten Mal.